Ja, wir kommen zu einer weiteren Runde bei den Hockerzockern mit Heino und Angelo. Fabian ist nicht da, aber ich weiß es nicht. Heute zocken wir auf Ra's Eon of Ruin. Ich habe schon mal vor ein paar Jahren, ich glaube 2019 war das, dann war es im Early Access gezockt. War ganz gut, kam jetzt Full Release raus, ich glaube vor einem halben Jahr oder einem Jahr. Ja, und wir zocken es einfach mal. Bzw. Heino zockt, weil ich muss pinkeln. Wo ist die wichtig drauf, ne? Ja, ich freue mich schon, das ist halt nur das Problem, weil es so dunkel ist. Ja, man muss dazu sagen, es ist für uns arsch dunkel, weil der Monitor, der ist halt nicht entspiegelt, der spiegelt die Sau, dann die drei Lampen hier, der Greenscreen. Kommst du da klar, Heino? Ja, alles gut. Also du musst jetzt, ist die Maus zu schnell, ansonsten kannst du langsamer machen. Ne, ich könnte sogar noch schneller sein. Ehrlich? Ja. Okay, da musst du nämlich lang jetzt einmal hoch, genau. Da musst du in ein Loch reinspringen und dann hast du ja gerade gesehen, haben wir kurz getestet. Aber wir sind jetzt mit im Tutorial, wir haben schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Du musst geradeaus durch dir die Klinge holen und dann musst du dich durchschnitzen und ich gehe mal eben schnell pullern, sonst mache ich mir eine Buchse. Läuft der ganze Scheiß jetzt hier? Ja. Ja, wie soll ich so? Äh, wie soll ich so? Was ist das dunkel? Ganz ein bisschen nach vorne zieht vielleicht? Ja, da ist kommen die Zombies da, du musst weg, die Zombies wegschnitze. Oh, schnitze sie weg. Na, Maus 1 primär und so. Ja, zwei, machst du so ein Dash nach vorne, Fabian? Das ist ja Dash nach vorne. Oh, ich muss pullern. Das ist ja jetzt hier wirklich zu erkennen, ist echt schwierig, ey. So. Das war schon brutal, muss ich sagen. Ach, kriege ich jetzt nicht eins, aber nicht? Ne. Ah ok, ich kann nur eins. Okay. äh, guckst du denn her? ich habe keinen Kopf mehr her klinkschwung wie man es jetzt mal ah ok wo muss ich denn hin hier? ah, ich glaube ich bin hier falsch scheiße fack, bin ich zurückgelaufen ah super oh, da war jetzt höchste Eisenbahn ich habe fast den rosen gepinkelt du siehst wirklich nichts, ne? nein, ich sehe nicht oh, das ist der Greenscreen macht sie gerade selbstständig warte, ich komme sofort und kann nicht die helfen zum Navigieren oh Gott bleibt das so dunkel oder wird das noch mal heller? ich habe keine Ahnung ich hoffe mal, es wird irgendwann ein bisschen heller alles da, alles hier, alles läuft äh ja, die Frage ist, wo ich es lang muss, ne? also, wir pausieren mal hier kurz die Aufnahme und dann, wenn wir gleich weiter sind, geht es weiter so wir sehen halt nichts weil es halt so scheiße blendet ey, das ist echt krass, ey aber das sieht doch schon ganz gut aus ja, da wo die Flammen sind auf jeden Fall ja, ja, hier schön hell ja oh, ich kann so schön die Grafik oh, geil wir fixeln dich, ey von hier sieht das geil aus, wenn wir dann so nah dran ja, rangehst, ne? warte mal, hier waren die ganzen Toten hier hast du die Klinge geholt da ist Heilung so war ich auch schon oh, wir scheitern schon am Tutorial, ey okay, wir machen mal eine Pause so, wir haben es geschafft und mal eine Lampe ausgemacht weil es ist zu zu hell also, du siehst halt nix schön den Arm ab Kopf ab oh, da gehst du noch weiter ja, ohne Kopf dann ja auch weiter bam, ein Blutwart hier das wäre so früher auf jeden Fall indiziert worden definitiv ja, das ist wirklich anstrengend für die Augen ach so, wir brauchen einen Schlüssel, okay ja, ja, da ist der Schlüssel, ja, da ist er weg super ja, nicht zu einfach machen, ne? ähm Sprung oh, ich hasse sowas oh ja, gut, dass du jetzt das bist ach, da so, und dann zack zack oh, Gott ist das hell hell im Sinne von es ist arsch dunkel ist da einer? ach, sind Pilze? ach, wie ein Pimmel oder man? hahaha hahaha ja, 7 Punkte Lebenspunkte ach, war ein Geheimnis boah, da muss ich mir mal überlegen beim nächsten Mal, wenn wir so eine dunkle Spiel spielen sollten dann machen wir wirklich ohne Green Screen also ist ja nicht ganz so am reflektieren wie komme ich so hoch doch das kann ich kommen warte mit geil jungen war ja jungs die wir sagen kopf weg denn es so immer jung war ich wollte hier auch spießen naja ich habe reißzähne bekommen noch mal eine knarre hier was glaubt der ex auch so anfing ist das hier ok kommt ja ihr kleinen pissviecher was ein gemetzel hier krass wahrscheinlich sind wir schon einmal kurz er gehen wir runter hier und nicht heilung hallo runter und ja ok dann nicht doch wahrscheinlich war schon an zehn sachen vorbei gelaufen als so dunkel ist das lebensblut das siehst du eigentlich leuchtet ja immer schön rot ich denke so knarren technisch hallo zu den schlüssel alle touren kann seit ihr lebens erhalte lebensrufen den opfern sehr gutes absauger schön habt ihr ja gibt euer leben ich sauge das leben aus kann es gar nicht sprinten rennt automatisch immer das kann ich speichern oder wie das wackelt alles ok jetzt kann ich da wieder zurückkehren das mit dieser hand da links so laufen würde ja mit sprachausgabe wenn natürlich noch ein bisschen ja komm mach fertig vom styler finde ich das geil die figur finde ich gut das müsste so ein endgegner sein hat was da liegt der toten insel ich hätte mal zuhören sollte er gesagt das hätte er nichts gesagt ah da muss ich durch sag tal der trauer tal der insel der toten tal der trauer was ist das für ein ort ein neuer ferienparadies sag doch mal sag ich dir nachher sag ich dir nachher ach ja war schon eine geladezeit sehr depressiv ja es ist kein spiel für leute die wirklich eine depression leiden oder angst vom dunkeln haben ich sehe nix boah ihr wichser ihr wichser ach das kenne ich noch vom dings hier vom early access damals besser wieder geil hat eine aussage freigeschaltet Welt retten geil der trauer ja komm mach fertig wo muss ich hin sag mir wo ich hin muss aha schrubmunition geil wo ist die knarre sagebuch geil der trauer geheimnisse arsenal witwe ach das war eine frau alles klar gib mir mehr ach das ist wasser das ist auf dem boden ach komm geh mal da rein was soll schon passieren der sumpf gibt es dazu mit der sonne nein wahrscheinlich nicht nein siehst du doch schon an den bäumen die blühen doch noch nicht mehr hinter dem sumpf da kann doch so ein bisschen die sonne scheinen ja im sumpf kann doch trotzdem bäumen oh gott dunkel immer dunkler aber ich guck mal eben hier die teilung die benutzen ne äh er gebt mir euer blut ich muss sterben dafür ich dachte einfach nur anritzen reicht rüstung ja wo ist denn die waffe dafür ihr lieben liebenden hm hab ich nie gesehen ich nix finde stopp rüstung nee munition rüstung energie hab ich ja ah das sieht aus wie revolver jawoll jetzt wird die party ab hier oh da schießt man direkt ja ich dachte ich könnte immer Kim und Korn ziehen guck ich weiß dass der direkt abfeuert hier der ist mal jetzt geholfen beim kopf weg da irgendwer schießt hier auf mich der Affe der hat auch noch Waffe dabei kannst du den nicht wegnehmen ne leider nicht treff ich die Viecher nicht so jetzt ich brauche drei Treffer oder vier das finde ich 37 Schuss ne 87 ach da ach so ich dachte da unten was ist das ne es ist der Schild ich wollte hier den hier machen Essenz der Verwirrung ja die hab ich öfter ach Gott der hat ne Schropplein dabei oder auch nicht oh es ist doch scheiße dunkel hier Mann ok kannst du maximal 100 Schuss haben ach die fliegen wollen wir mal eine andere Maus oder so eine kabellose hier ein bisschen die von Logitech diese G-Hero die ich ja auch mit Kabel die kann das Kabel los weil mit der Popel mit Maus hier da kannst du ja nicht viel reißen ey also dein Aim ist ja jetzt nicht so mein Aim ist absolut nicht so ich muss ein bisschen mehr zurück ja stimmt mal vor ich hab noch Controller haben da wer hat eben richtig scheiße oh Gott ist nur abhauen hier ja genau ich sehe doch ganz weit weg hier so alt befriedet jetzt hier sehr dankbar reinigen seelen anker auch scheiße ja sagen wir erst mal die roten fläschchen auf der wo ja jetzt weiß ich nicht mehr oder ist danke eine große hilfe irgendwo rechts jetzt hier rechts das war so platt jetzt geht los hier beim kopf weg weil sie sind kopf und es geht der arm weg okay bei dem blick ganz weg gar nichts elman der waffe mit schnellerer schussfolge oder schrotflinte das hätte ich aber richtig jetzt eigentlich wurde ich da hoch okay das funktioniert nicht ach ja so arsch dunkel hier ich hab bestimmt Fallschalen ne? nein! ah ne hier gibt es keinen Fallschalen stimmt der gleiche anfang gibt keinen Fallschalen ich seh nix was greift mich denn an ich hab keine ahnung wo das war ich hab nix gesehen es ist so dunkel hier an deinem aim müssen wir noch arbeiten ja du? mein aim ist auch nicht besser können wir zusammen üben was? wieso bin ich jetzt hier? willst du mich verarschen? ne 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 kollega hier stimmt was nicht was ist das denn für ne rotze? ich hab doch vorhin ah ok boah jetzt hätt ich aber ich war schon kurz davor loszulegen ehrlich ja das rasen schon ja geht doch ok jetzt kommen die Ficktypen die können ihren Arsch lecken züstpen Leg die mal wieder hin wo die Munition runter da wenn du schon mal versuchst ach halt die Lions lass dich alle baru herkomm hier ist heller kommt mal da raus der juckt dich gar nicht ne? ohoohihihi Geil, ey. Gut, die Klima hier, da weg. Ich seh nix, Mann. Ist ja nix. Bring hier die Zysten, was ist denn für ein Ding hier? Heile Feinde. Ach, Hitze fallen gerne dann auf. Ne, das lohnt sich ja nicht. Aua. Boah, der macht doch auch nicht Schaden, ey. Ah, das ist Heilung, wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Der war gut. Ich muss noch ne Granate da rein. Habe ich ja nicht. Aber die auch nicht. Aber das Schrotzfinte ist schon sehr effektiv. Ja, ich ball immer zwei Schuss auf einmal raus. Perfekt. Ja, ich hab mal nicht mehr viel. Ne, kann ich jetzt hier? Was heißt das? Kannst du das nicht einsammeln? War das keine Munition? Revolver, die ist ja voll. So. Naja, du kannst ja maximal 100 Schuss. Da bringen die Zysten? Keine Ahnung. Ja, bist du da. Also, das ist sogar nicht mal so schlecht das Spiel. Ne, ich finde ich auch gut. Ein bisschen heller wäre super. Ja, aber der Problem ist halt der Monitor, ne? Das liegt ja jetzt hier dran. Ja. Wenn ich jetzt da gucke. Ja, wesentlich besser. Das ist doch schon ein Unterschied, ne? Das finde ich nicht schlecht. Boah, Alter. Alter, was geht jetzt hier ab? Wo bin ich hier gelandet, ey? Ja, Heilung Kohl. Warte, Tür. Entschuldigen Sie. Ich bin wieder weg. Guck ich da drauf. Ach, die explodieren, wenn sie diesen Mehrfachschuss machen. Ja, das bann ich da drin, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ich renne jetzt einfach durch. Ist mir egal. Wiedersehen. Deutlich über Munition für diese Fehler. Scheiße. Die hab ich noch gar nicht. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Ich hab mich aufgefasst. So. So ein Säure-Spucker hier. Ihh. Ja, schon geil. Ich find das guter Spiel. Ist ja ekelhaft. Ah, ich hab die Zisten wahrscheinlich Munition für so eine andere Knalle, die diese komischen Spucker hier haben. Das kann sein. Komm, guck mal immer nach rechts. Ja, das ist ja doof. Das sieht wirklich besser aus. Aber ich kann ja auch nichts mehr einschneiden an Farbe oder so. Oder Helligkeit. Ich hab schon alles gemacht. Das ist das Maximum hier. Geil. Sogar du ich hier. Bam. Ach du Scheiße. Oh, der ist groß. Aber gut gemacht, oder? Ja. Finde ich super. Oh, das ist die Wurzeln im Weg. Fick dich. Genau, 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 genau. Das ist was Großes. Ach ja, da sind nur die hier. Ich bin ja wirklich ein Grafik-Fetisch. Aber das ist echt. Gut gemachte Retro-Dinger sind jetzt nicht schlecht. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, auch so vom Spiel her finde ich das super. Ich hab mal eben hier. Ist es zu gefährlich, hier wackelt alles. Ah. Reiß-Szene, wofür? Ja, es ist so eine Art, ähm. Gewehr, so ein Flock-Gewehr, weißt du? Geil gemacht, wie mit dem, ja? Finde ich. Ja. Der sieht doch richtig gut aus. Ho, 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 ho. Oh, natürlich ist es mit dem Augenblick, wo ich angeschießen komme, weißt du? Ah, guck mal, da ist nicht der Kopf von ihm. Ah, was ist das? Was ist das? Ich seh's nicht. So scheiß, das ist doch ein Riesen-Fiel. Alter! Hau ab! Geil gemacht, ja. Muss ich ja sagen. Mega. Ah, hier. Da hab ich das Flock-Gerät. Ah, geil. Reiß-Zahnspucker. Jetzt geht's ab. Wollte mal Heilo hier. 150 Schuss, ja, guck mal. Was war das? Was hat mich denn jetzt gekötet? Du hast dich selbst getötet, wahrscheinlich. Ich, na, ich glaub von hinten kam irgendwas. Ich hab keine Ahnung. War das von hinten? Ich glaub von hinten kam irgendwas. Hm. Ich war auch schon fast tot. Ich muss hier vor den Speicherpunkt gesetzt haben. Ah, die ganze Scheiße von vorne hier, ey. Wie machst du das denn hier mit dem? Äh, du brauchst diese, siehst du diese Turm geponten? Damit kannst du dann hier auf F2 drücken, dann sitzt du diese Marker quasi. Ah. Da, die hier. Ah, okay, sehr gut. Busack. Und das kannst du jederzeit machen? Du brauchst dann nur diese Totenküppel für. Für diese Marker, für diese Speicherungs-Klamotten quasi. Aber dann kannst du immer wieder zurückkehren. Ach, ich drück mal die zweite Taste hier. Ja, bei dem muss ich ja aufpassen. Das ist scheiß Vieh. Wollte war daneben. Explodiert er gleich wieder. Ich bin mit dem Commander. Ja, ach ja, du. Hä? Hau ab! Keine Rüstung mehr. Da, her mit dem Fehler. Oh, hier bin ich viel drauf gegangen, ne? Boah, ich spar dir das doch auf gleich, oder? Ich hab so viel Munition. Oh, hier ist ne Kiste. Was? Geil. Ach, ich brauch nen Schlüssel. Hast du nicht so'n... Ja, wahrscheinlich nur im Tutorial. Aber wo bin ich denn gerade gestorben? Woran? Hier war Heilung. Irgendwann... Die kleinen Scheißviecher hier. Oh Gott. Oh, mega. Ah, du hast von 68. Ah. Ich glaub, wenn du die rechte Maustaste machst, hast du ne höhere Schussrate. Boah, aber richtig. Ah ja, du hast vielleicht keine Munition mehr, ne? Hier oben nach noch was. Also rechte Maustaste machst du diesen Megaschuss. Da... Ja, ich hab noch vier Lebenspunkte. Ich hab noch vier Lebenspunkte. Ich will die nicht mal... Warte, komm, hier. Oh. Ich hab noch vier Lebenspunkte. Ah. Boah, wie viel zu mir dann kommt. Neeeee! Ich hab mir den zwölsten. Du musst mehr in Deckung gehen. Ja. Jetzt hast du so einfach, ich seh ja kaum was. Hat der wieder den genommen? Warum nicht den letzten? Achso, da war der letzte. Oh, mit vier Lebenspunkten fang ich an. Ja. Kannst du nicht zurücklaufen. Willst du es weitermachen? Mit vielen Lebenspunkten? Du hast gerade hier den Karren in den Dreck gefahren. Ach so. So sieht es aus. Ich habe die Karren jetzt reingeprettert und gut, alles klar. Ich bin gespannt, wie du das Problem löst. Ja, das war es jetzt. Wir machen... Ach, hier, ohne Probleme. Überlicht und Heilung. So, zack. So löse ich das Problem. Ich bin ein Problemlöser. Jetzt komme ich hier. Bin ich auch noch irgendwas? Zack. Glück ist mit den Doofen. Ja, so sieht es nämlich aus. Warte mal. Wo kam ich jetzt? Muss ich jetzt hier runter? Ah, genau, runter. Wer hat denn? Ich guck gerade. Ist er da runtergefallen? Ich glaube, ja. Nee, das fehlt ja so ein Flug wieder. Genau. In diesem Flugdinger. Guck mal nicht lang. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, alles klar. Also nochmal. Das sieht doch schon anders aus. Hä? Wo sind die jetzt alle? Boah, warum frage ich überhaupt? Ich hänge fest, Mann. Also vom Revolver, das ist so viel Munition, ne? Wie das war es hier? Oh, die machen aber echt Panik, die Jungs, ey. Wie das aussieht. Das wäre geil, ey. Das ist der Revolver, der nie nachladen muss. Oh, die gehen wir so auf den Sack, die Flughaen ist. Du zufrieden, Heino, dass ich in Deckung gehe? Findest du das gut? Ja, musst du ja auch gut finden, weil, ne? Du hast 98. 98. Funktioniert doch jetzt gut. Ach, wir sind Säure, Heini. Keine Zeit. Ich erwarte nix. Hat einer gestellt gerade an der Wohnungstür. Ist mir egal. Ist wahrscheinlich dein Oma, ne? Ja, die kommt nicht hochgelaufen. Fabian ist auch nicht. Wahrscheinlich hat der Omene wieder, weil ich überhaupt bestellt und gern auch die Tür auf. Ja, das kann sein, ne? Und Andreas schreibt eigentlich immer. Die Schnauze voll hier, ey. Hä? Hä? Ach du Ratte. Warum explodieren die andauernd, wenn die Scheiße da hochballern? Warum, die schießen es hoch und das war's dann? Trifft ja nix. Ah ja, geiler Typ der Angelo. Wie komm ich denn da jetzt wieder hoch? Ach, ich glaube, hier kam ich her. Nee. Das war nicht ich. Wohin erkenntst du das? Weil da andere Leichen sind. Also ich hab hier nicht hier. Normal hauen die Leichen nur ab, wenn du die erschossen hast. Oder? Ach nee, doch, die bleiben liegen. Ja, gut, dann war ich doch hier. Roter Schlüssel. Ah, fickt euch. Ehrlich. Junge, nicht all auf einmal. Aber wirklich viel Schaden macht das Ding aber auch nicht. Ist glaube ich nur gegen große Horden von Popelmonster. Ja, komm, die sind eigentlich egal. Die brauche ich nicht. Neuer Eintracht. Vier versunken im Meerland. Okay. Was? Ach, er wieder. Toll, Truwenschlüssel. Muss ich ganz ruhig zurücklaufen oder wie? Lebenssauger. Leck mich am Arsch, ich bin weg. Weiß denn? Der Würger. Ah, siehst du, dafür ist das Ding, ist gut. Das ist ja geil. Die Schleimklamotte. Aha. Okay. Ach so ein Minen-Ding. Aber wie. Ja. Drei Schuss. Uh. Ein gutes Gemetzel. Ja, gut. Aber wirklich. Hier möchte ich nicht Putzfrau sein. Stell vor uns auf einer Arbeit. Oh, da kriegt mir die Einwischer. Ach, scheiße. Wie, der läuft. Das ist so geil, ey. Ja. Oh, der steht wieder auf da. Ne, der andere ist tot, aber. Okay, äh. Ne, wo ist Lebensding vor uns? Oh. Die sind ja alle tot. Ja. Wo ist das Schwert? Die können ja gar nichts. Fünf Lebenspunkte, super. Ich darf euch den Trank jetzt benutzen. Boah. Fünf fünf mehr Lebenspunkte, ne? Was hat mich denn da getötet, Mann? Ach, egal. Komm, das reicht. Oh. Ja, Heino. Was sagst du zu, Brass, Ion? Geil. Finde ich super. Geil. Auf jeden Fall. Ja, wirklich gut. Das macht Spaß. Schön geschlittert und geballert. Ist ein bisschen dunkel, wenn wir auf diesen verkackten Monitor zocken. Aber. Das liegt ja an unserer Technik. Ja, an unserer Technik. Wie gut ist das? Ja. Ja. Ist ja alles gut in Sass. Wir sind ja ein Laden. Ja, genau. So, danke. Ihr wisst ja hier nach oben und so weiter und so fort fürs Anschalten. Lohnt sich wirklich. Lohnt sich wirklich, ja. Ich glaube, Fulis war letztes Jahr oder dieses Jahr. Ich weiß nicht sonst so genau. Aber ich habe auch schon den Early Access gezockt. Der hat Spaß gemacht. Ja, finde ich auch gut. Irgendwann haben wir ein bisschen Monitor, da können wir dunklere Spiele auch ohne Probleme zocken. Und ich habe da sitzen wie so alte Männer. So, ist doch so. Ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Tschüss.